Musik 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 Dankeschön, Jesus, für den Wut. Dankeschön, dass du uns das gejagt hast und dass du uns reden darfst. Und Herr, das redet zu mir. Und ich werde euch mit jedem einreden, dass jeder einen macht, seinen Wort daun, mit allen Frieden zu haben. Amen. Guten Morgen, es sind alle hier, das scheinen hier alle top sein. Und ich hätte euch einen guten Willkommen. Ihr habt natürlich, ich reißen hier mit einem Versch von der 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 2, gesagt, wo ich jetzt in Frieden von Gott an den Futter von Jesus Christus an den Haaren mitgebracht habe. So, das ist mein Wunsch, oder? Ich kenne, was ich immer, Paulus, der sehr viel, muss immer, wo ich ein Brei schrieb, immer in Frieden von Gott an den Futter. Und heute geht immer von Gott an den Futter. So, das ist mir sehr interessant, weil ich nicht jeder Brei, was ich geschrieben hätte, dass er immer da war, ich schrieb in Frieden von Gott und nicht von sich selbst. Und dort ist, in den Denkmal, wie in Frieden von Gott anzuhangen würde, wenn er von Gott kommen würde, dann gibt es in Frieden und die Menschen auch. So, dort ist nicht mein Thema, was ich will haben, als der Thema, was ich finde, als der Tag des Johannes Kapitel 14 von 15 bei 39, als das nicht alle Fahnen, als alle Fahnen werden. Dort ist die Versprägung von den Hellen Jesu und dann haben wir die selbe Zeit gegen die Folgen von den Hellen Jesu und die unterscheiden mit dem, ob sie den Hellen Jesu kriegen. Dort wurde die Botschaft von den Betrachten betrachtet, von wie Jesus das Versprägung und ob sie den Krieg und die Folgen von dort. So, wir kriegen ein bisschen die Titel, wir sind nicht mehr, aber die Pängstache und alles so, wie vielleicht in der Fahnen reichen die Titel, dort wird betrachtet. Vor allem, was wir tun, und ich habe einmal zwei Fahre, ja, du sagst mir, drei Fahre wird bezeckt von wie Jesus wohnen, und wo die Unterscheidung wird, wenn es die Hellen Jesu nicht abiert wird, wo die Unterscheidung geben wird, und ob die Hellen Jesu wird dort ein Unterscheidung. Das ist die die Fahnen Jesu in das Kapitel Sass, Vers 12. und 27. Und Jesus sieht an, ich sage ihnen ganz bestimmt, die sägen mich nicht du weh, und dass die die Wundertäken sauen, ob er will, die von dem Brot gegeten haben, und so geworden sind. Ich hoffe, dass ihr damit unterhalten, und das, das wie aus Jesus hat die Menschen die Erden gegeben, und alles, und wir können nicht lesen, dass sich die eine Person bekehren, die von der Erden geben würde. Die kägen bloß, nächsten Tag sagen sie, geht es weiter, weil sie steht, wo sie können, sonst Brot haben, und du bist mit leben, dort wird die Anstellung von Menschen. Und sie sagen am nächsten Tag weiter, und dann sagt Jesus, er sagt, schauf, gehen, und dort nicht verkaufen, und dort, schauf, gehen, und, leben, die Menschen sehen, was ihnen sind, wie es das, wo Gott der Vater mir geschickt hat. Hier wird heute ein Thema von Gästel geleben, hier wird nicht da ein Titel geben, diese Menschen werden sagen, wenn sie in der Ferne steht, Jesus kann nichts merken, wenn sie in der Ferne steht, tun, wo sie können, bis leben, und in der 14. Fall, schauf, dass ewig geblieben wird. Das hat weiter mit Gästel leben, und hat nicht weiter mit uns physischen denken zu tun. Das ist immer gut, ein geistliches Leben, was er in der Teuroden lebt. Ich will den Tag einmal lesen, den Namen ich einzuwissen, mit immer gut treffen, Johannes 14, 15, sage ich, wenn die mir sind, dann hält mich nicht geboten. Und ich will den Futterfrauen, den wird in anderen Treister geben, der ewig beginnt blieben wird. Jesus sagte an, wer mir gut ist, und mein Wut haulen, den mein Futter gut sein, und bei dem, wo wir ans kommen, Tüß merken. Wer mich aber nicht gut ist, hält mein Wut nicht, und wer mir sein, es nicht mein Wut, aber den Futter sind, der mich geschickt hat. Das habe ich geredet, und seit nach begint wir, über die Tröster der Herr ist, den Futter in meinen Namen schenken wird, den alles lehren, und alles denken haben, was ich gesagt habe. Dann habe ich Frieden Lut und meinen Frieden geben, ich gehe nicht so aus der Welt und heute nicht bei euren fein nicht. Die haben zu mir gesagt, dass ich war und auch war, sind, war, wenn die mir gut ist, ich habe noch gesagt, dass die Gläuven waren dort passiert. Ich habe in ganz Zeit nach dem was was passiert, war, das Gläuven. Ich kann die Lut studieren, ich kann nicht sagen, dass Menschen nicht schädigen, und das ist ein hoher Lied, das ging. Aber ich kann nicht sagen, wo Menschen sich beheben, sind, das selten. Ich kann nicht sagen, aber wir können nicht viel beschrieben fängt von dort. Wenn ich ein Fehler vernügt habe, ich habe ein Fehler, wo Menschen sich beschädigen und abmärten und sie den Gästen haben. Und dort hat er gesagt, ich hoffe, dass jemand ewig geblieben wird. Ich habe mich drei, die 14.50 mit Waren geholt und er sagte, wenn die mir gut sind, dann helpt mich nicht die Bauten. Das war sehr interessant. Er sagte, wenn die mir gut sind, dann helpt mich nicht die Bauten. Wie kann Gott nicht gut sein, und wenn wir nicht in seiner in seiner Wut leben. Das ist nicht in Waren. Ich sage, wir können nicht zwei Haare in deinem und er hat hier gesagt, klar, merken, als wäre er gesandt in meine Bauten oder gesandt nicht. Ich sage, dann helpt mich nicht die Bauten. Und er sagt, Johannes 5, Vers 3, sage ich, hey, seine Bauten sind nicht schwer. Und wenn die Bauten schwer sind, dann will sie uns wie wollen, wenn wir uns Fleisch wollen, wenn wir uns jetzt essen, weil wir das beurteilen. Dann sind seine Bauten schwer, weil wir mit dem Fleisch aus dem Waren weil wir die Forderung merken, wir wollen nicht aus jetzt. So heißt er, in seiner Bauten sind nicht schwer, und wir möchten in seiner Bauten hauen tun, wenn wir in seiner Waren leben können. Dann müssen wir in seiner Bauten sein, Vers 3, und er sagt, nach wo den Führerfrauen, der war dann, einen Unenträister, der ewig geblieben wird. Und hier redet er wahr davon, in den Unenträumen von Jesse, wo er ewig geblieben wird. Hier redet er nicht wahr davon, dort Brot, wo er saß, wo sie in der Säten, die Wunder täten sind, der Brot, aber hier redet er wahr, Schöpfchen ernten, und er ewig geblieben wird. Hier redet er nicht wahr davon, dass er sagt, was wir davon, was uns hier, ab der sie ihr geblieben hat, und uns Jesus das geblieben hat. So hier wird den Führerfrauen, nur den Gäste, und er sagt, feier für das Fittchen, und er sagt, wer der Butter trinkt, wird niemals mehr dauschen, und der Wunder, wird immer eine Rande, die Schwalz, und darf ewig leben. Er hat wahrer sein, dass sie in Wurt, darf ewig leben, hat er immer wahrer, das Hohlen, dass es nicht um uns physische, der das Gäste, der das Gäste, der Port, und er sagt, es wird immer eine Rande, ewig leben sein, und er sagt, es wird niemals abhören. Und das klagt, wenn wir sie nicht geboten haben, dann können wir auch in sie nicht gehen, wird leben. Für das Fittchen, wo er redet, geht es dir an, wie er mir gut ist, wo er mein Wurt, ist, dass er die Frau ist, wo kann ich am Göt sein, wann wir uns handgeben, in seine Gäste, in seine Gäste leben. Wir waren nicht perfekt, aber wir waren am Onnämen, in Veramlingen, und da war wir sie nicht mit Hohlen. Und da war er, der geht um, wann wir in seine Gäste leben, oder nicht. Und da ist der erste Stau, wo er alle anstehen, wo er alle amdrehen. Für das Fahrend finde ich, und wer mir nicht geboten ist, hält mein Wurt nicht. Und dort wird mir sein, hier, und es nicht in mein Wurt, ob er den Führer sind, der mir geschickt hat. Hier wird es klar, merken, du bist das, oder du bist das nicht. Du bist nicht in der Mädelwacht. Hier wird es klar, merken, hier sage ich, an es wird, du hältst es, oder du hältst es nicht. Hier wird es nicht in der Mädelwacht, lüten. Und hier sage ich, und das habe ich, die Jünger redet, und sagt, na, beginnt wir. Hier muss ich immer so hören, wenn ich nicht mal durchs, aber hier sage ich, wieder sage, das habe ich, die Jünger redet, und sagt, beginnt wir. Und hier redet es von, den Herr, die jetzt den Treister schärfen. Und da sage ich, über den Treister, der Herr der Jünger ist, den der Futter, in meinen Namen, schenken wird, wird ihnen alles lehren, und ihnen alles denken, haben, was ich gesagt habe. Und ich glaube, die Jünger können hier noch nicht verstehen, was Jesus erntet, oder hat gesagt. Sie werden nachher, ich glaube nicht, dass sie mit, mit oder, aber ich sage, dann, der Jünger kommt, da wird die Jünger klar waren, und die Jünger waren, wo ich gesagt habe. Ich sage, dann wollen Dinge, und ich glaube, viele Dinge, was sie dann waren, was der Jünger gesagt hat, oh ja, das hat sie an sich gesagt, bis wir haben hier gedacht. Viele Dinge, ich sage, da wird alles oben waren. Und ein interessantes Ding ist, von diesem Treister redet Geremia all, Jesus redet viel von, und wenn der ist gekommen, da wird alle Dinge, woran drehen. Er sagt, wenn Geremia redet, er von, er wird Sein sein, an das Wort geben. Und wenn wir Seine, Seine geboten haben, dann haben wir, wir sehen, an das Wort haben, was unsere Läden in vielen, für sie gehen wird. Und heute sage ich wieder, die Seine geboten, sage ich, Frieden wird er können, meinen Frieden geben können, ich gebe nicht so, aus der Welt, du gehen heute nicht, bei euch, und fahr ich euch nicht. Bis dahin, der letzte Strophe, sage ich, fahr ich euch nicht. Ich glaube, wir alle rücken, da wird nicht einmal glücklich sein, da werden Konfen sein, da werden Dinge sein, und wir waren einfach, immer ein Tag, wo wir Frieden betwiebeln, und ein Tag, wo wir Frieden mit Gegenstand haben, wo ich sage, mein Frieden geben kann, wenn Frieden geht, wird uns durch diese Amstern, durchhauen. Das ist falsch, ich rede von, von dem Frieden, wo der Frieden, wird durchführen. Und er sagt, ich lade den Hort nicht bei Arjen, und woher, weil wir uns lagen, ans Hort lagen, als ich am Jagen. Und das ist ja, wenn wir in der Tufel, rutschen, manchmal rutschen, und ich habe, wenn wir uns an den Rutschen, rutschen, dann fängt ich mich mit Dingen, nicht mehr zu trinken, aber dann rutschen, was sagt Gott, was sagen sie nicht, die Bauten. Ich sage, so tun wir, aber auch, unsere Menschen, tun ein, und kommen, und dann an den Rutschen, die Dinge anschmieten, dass wir uns nicht mehr in der Hand fangen. Und dann sage ich, heute darf uns den Frieden. Wenn wir sie nicht in der Bauten holen, dann darf uns den Frieden, was uns tun, was dich halten, und krank, vor dem Moment, wenn wir in Trübeln kommen, oder was auch immer. Vor der Nacht, wenn ich, die haben mich gesagt, dass ich wachgehe, dass ich, war, treten, und füder, wenn die, mir gut sind, da wird die, die freien, dass ich, und füder, wie uns die Füder, als ich, oder was auch. Woher, würdet wir uns freien, was Jesus, würde treten, und füder, und woher, würdet wir nicht immer noch, aus Menschen, sondern, würdet ihr so viel einfacher sein, dass ich, das finde ich, und wir nicht, und, der, wir, bis die Hand gehen, in seine Dinge, durchholen, persönlich, und dann, würde wir das ganz, nicht glauben, tun, wie heißt, da, wie das, dann, dürfen wir nicht glauben, haben, nicht, dann, das, sein, nicht, und, ich sage, und, in der, als ich, und ich sage, wir können nur, dort, viele Menschen, die Bekehrung, durchleiten, dort, aus Jesus, zu sterben, und abgestoßen, und jetzt, wir, viele Menschen, und, ich sage, hier, da, wo, ich, und, das, ich sage, ich sage, physisch, wun, würde ein Mensch, weitstorfen, von, wie kontroll, würden, über den, ein Leben, zu, und, die Welt, würde, vertrieben, und, nicht, von verstellen, kann, nicht, und ich habe gesagt, dass sie ihn freuen und jeder Mensch freut sich auch, wenn er erlöst wird. Ich habe ihnen gesagt, dass es passiert, dass sie dann glücklich waren. Hier spricht er von, dass sie den Herrn gesagt haben, dass sie glauben haben. Glauben ist es so, dass die Menschen mit Geduld haben, mit Trüben noch die Glauben, dann haben sie ein bisschen geübt. Hier spricht er von, dass die Glauben waren, was passiert. Wenn sie den Herrn gesagt haben, haben sie eine nachvollziehbare Glauben aus den Eiern, denn sie haben sie eine Unresort von Denken. Dann haben sie nicht mehr so ein Denken von Menschen, sondern haben sie ein Denken von dem, was Gott erlöst hat, die dann wieder aktiviert wird, was Gott versprechen hat. Dann haben sie eine Unresort von Predigen, sie haben eine Unresort von Denken, und das kann ich sagen, dass wenn es passiert ist, wenn es passiert wird, dass die Leute haben. Ich habe ein Thema, was hier immer betrifft, wie ihr euch das versprechen solltet. Ich sage, ich finde es ein interessanter, ich sage in der Wahrheit, wenn es nicht in ihr fällt und das Stoff bleibt allein, aber wenn das Stoff bringt es viel Frucht. Hier sagt er, dass sie in den Storben viel Frucht bringen. Wir können auch in anderen Bibeln sagen, dass sie in den Einzelnen leben, in den Pausen, wenn es nicht mehr betrifft, dass sie gestorben von den Eiern, und dann lebt sie in etwas Neues, und dann kann sie viel Frucht bringen. Ich sage ihnen, dass er hier sein Leben beträgt, und wenn sie gestorben sind, abgestoßen, dass er viel Frucht bringen kann. Und wir können auch sagen, dass er vielfalt. Wir haben den nächsten Apostelgeschichte 2, mit der Antablierung, und dann habe ich noch ein bisschen mit Farschen, wo ich noch einen habe. Von, wo ist der Heiligen Geist Krähen? Wir wissen, dass die Ginge wieder alle taup, und die Bede, und auch in der Heiligen Geist Krähen. Und in der ersten Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 14, dann stammt Petrus ab, und fangt mit Liederstaben und reden. Sie sehen, Männer von Judäa, und all die, die in Jerusalem wohnen, die zählen wollten, und hör ich, was ich sage. Hier fangt Petrus mal an, mit einer ohne Predigt. Hier stammt er ab, voll von Heiligen Geist, von Heiligen Geist, und er kann mal prägen, das liegt das hier nicht. Er kann mal ganz anders, als er durch Eier, wie er fährt nach sehr fleischlich, und er will mal mit ihm in der Tür mit dem Markt arbeiten, und er will nicht sagen, ob er kommt da. Hier fangt er voll von Heiligen Geist ab, und fangt an die Predigt, und da gibt es ganz ein Unterschied. Vorher, da gibt es die Rede, er redet er viel, bloß über Jüden, und wir wissen, was man Jüden kann über Samariter reden, aber hier passiert ein andere Ding, was hier abgestoßen wird, wo er sagt, wo er viel Frucht bringen kann, was hier abgestoßen wird. Wie in Jerusalem, von allen, sagt er, von allen Ländern der Welt, in Jerusalem kommen Menschen, wo die Hühner werden, verschiedene, das ist eine Puzzle-Geschichte, vorhin, von 8 verschiedenen Städten, wo er nicht reden wird, 8 in den Etien, wo er nicht reden wird, wo Menschen in Jerusalem werden, und dort sind die Menschen, wo ihr nicht euer, Jäßes hat einen Kind erlebt, weil Jäßes werden Jüden, und da bleiben viele Jüden. Da werden die Samariter. Dort werden Menschen, wo er nicht in Jerusalem werden, wo er nicht Jüden werden. So, und was ich hier sage, wenn er stirbt, dann bringt er viel Frucht. in Deutschland, wo er auf einmal erwähnt, dass alle Menschen, die alle in der Evangelion beraten werden, dass die Menschen, die alle in den Horden denken. Verschiedene Menschen, die werden Schwarte, in Ägypten, in Asien, in China, verschiedene Dinge, verschiedene Kulturen, wo alle in den Horden werden, wo die Jünger den Hellen, wo sie den Hellen jetzt sehen, wo sie eine Lüren denken. Und dann, wenn er das hört, dann denkt er immer, und dann fängt er das Ding, und er wusste. Der Apostel, der schreibt hier, im Kapitel 237, und er sieht in den Horden, gegen andere Horden. Hier hat er die Predigt, von Jesaja, von David, und er predigt, und er lebt an den Horden. Hier sieht er, und hier geht es an den Horden. in der�ühlung. In Nahem derzeit sind der Apostel, lebe, meiner und breiter Wurzel wie den. Von mir hier sei, interessant ist, dass Päuter es predigt, die Menschen in den Händen gehen, und eine Menschen geboren, die sich die Hand geben. Heute ist wunderschön und siehst, hey, du bist da, und du stahlst die Börse aus, durch die Ditten, durch die Gäbern, in Form von Wüten. Heute ist in deriode von Bern, auf eine rüte Form, wo Jesus sagt in Markus 7, merken Sie keine Köpfe von Bern rein, da wollen Sie von Bieten rein sein. Das ist klar, was Jesus da tun hat. Er fügt ein Name und fängt von Bern an die Form, dann kommen Dinge rüte. Und dann schien sich das Tag. Dann formen sich das. Und wir haben die richtige Idee, was er da tun hat. Er hat nicht von Bieten, das ist ein Pharisäer, dass du arbeiten musst von Bieten, und von Bieten in der Art, wie er arbeitet, weil er ein Bietenschmack lügt, und wissen gar nicht, wann die Bieten, die organisiert werden, wie das Bieten auch. Und das ist klar, was heute hier bedeutet, dass nicht Menschen fangen und sagen, hier sind die außerordentliche Dinge. Sie wissen, wo sie arbeiten, in der Sinnen-Irland. Sie wissen nicht, hier sind die außerordentliche Dinge, oder du bist die Arbeit. Sie wissen, wo sie von Bern arbeiten, und dann arbeiten sie von Bern auf dem Rüte. Und dann können wir einfach in den Rüte, einen Unterschied geben. Ich stelle mich für, dass das Kimmel-Irland so passiert, als was das passiert, als die drei diesen Menschen in der Glauben zu haben. Und heute ist es, die an, die an und lüten, in Jesus Christus, sie nun in Deuten, dass die Sinnen verhebt wurden, dass Gott den Hellen geschenkt wird. So das wir alle, sei heute ein Hellen, so die Nächste kann auch den Hellen geschenkt haben. wenn sie sich Leuten an die Glaubensliebe nennen, und nehmen dann an, was Gott sieht wird, dann wird Gott dir den Hellen geschenkt. Und heute sage ich, das ist, was Gott jüngst und jüngst versprochen hat, und all die wieder aufsend, dass Gott ans Haar nur sich geraten wird. Hier redet er weiter von, der Kultur wurde geredet, von den verschiedenen Städten, wo sie täglich kommen werden. Hier redet er weiter von, von der Ola Nusekruppe. Und er wird in Ola Taub gekommen. Er hat gesagt, der Ola Taub von einem besonderer Tag, als sie in Jerusalem taub werden. Hier kommt ein Name, dass die Möhr aus den Jüden den Hellspielen genießen können. Und heute redet er an, nach der fehlenden Wir und der Wirkung am Mund an, lud ihn aus dieser verdrehten Generation rührt werden. Heute sprach an dem Motto, dort nicht mehr und in den Geschlechtsregister leben. Seien sie haben, wenn er einmal gehört hat, er hat er den sagen, lud ihn, du musst rührt werden. Er sagt, du bist rührt werden, nicht noch mit so einem Dahn. Er sagt, lud ihn, du bist rührt werden. Und hier atmet ihr in Ola Besson, wo ihr eure Hände und einander verdreht, jünger Ration, wie das hier und das wir nicht bis verfindet und gestern. Das war auch von der vergangenen Zeit, wo die Menschen immer so ein Fan gewusst werden, vielleicht alle beste Dinge, alle neu gekommen sind. Und hier sage ich, lud ihn, du musst rührt werden. Also bis zum Tag luten, in Abschluss das Polis sagen, was ich verhälte, erst nicht mehr, heißt, niemand wird niedergeworden. So das sagt, was Pater ist, du musst mit Motto sprechen, das lud ihn, du musst rührt werden. Die Däven, das bloß, die sich nicht bauten, und du wohnen, dann würden sie die bieten. Das auch nicht, aber sie müssen die Wohlen auch, und dann würden sie die bieten. So da würden sie von dort, die ganze Vergangenheit, können sie frei werden, wo sie nicht dürfen, leben. leben. Und da sie würden jeden annehmen, leiten sie töten, und dann werden drei diese Säulen durchgekommen. So, und ein Tag, drei diese steckt, das ist eine Fähne, und es ist klar, was sie sagen, von sie denken, von sie denken, wo sie reden, sie sterben, und diese Menschen sterben, und sie können ihr nie leben und haben, und sie können nur erfüllen, was sie nicht haben, das motivieren, dass wir nicht denken, Menschen reden, einfach nicht denken, wir wieder sagen, und dann die Säulen war, das bleibt nicht zu tun, weil da waren alle Orbeider geredet zurück, und da war wieder, und wieder, und da war immer geraten, da war ich. Und ja, mir beträgt drei Fähne von den Johannes Kapitel vier Tieren, hier in Linet was hier, man die Posten, dann habe ich schon eine Frage von den Affenbar und ein paar Fähne schließen, da war ich von Johannes vier Tieren mit Mark Posten, hier von all die Tieren kommen und geben sich Gott an, fangen mit den Affenbar nach eine Bestätigung von Kapitel 7 in Tieren sag, es ist immer wie alle rosen Volkstamm sprechen und Menschen die in die Hände teilen können fahre den Traun bied lohm in witte zwei Stunden mit Paul Oster in Häng Schreien mit Lüder Stamm und Zer Räder kämpft von unserem Gott da auf den Traun sat in Lohm Hier bestätigen noch einmal in Affenbarung wo Jesus hat ins Friede gekauft Hier redet von Menschen die nicht teilen und von aller Stamm sprechen wo alle Tau Gott hand und den Glauben Hier in Affenbar rät von das ein Eng Titel was Johannes ist ein Himmel zu sein und das ist ein Gäste zu sein und das besteht und das ist ist was 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 ist Wir haben drei Versch in Johannes Kapitel 14 mit einer Eben Eben Er färten hier und meine Meinung was hier zu nehmen oder meine Verstand ist von haben und wie gesagt das Kapitel 14 Vers 12 wird fütieren Ich sage in dem Wort wer und mit läuft was auch wird woken und ich und was geratet tun will ich meinen Futter gut und hier nehmen Menschen Färten von Dinger von Gottes Abwarten die nehmen verschiedene Dinge ab und eins nehmen das wird für erhaben Gott und verschiedene Dinge die rüten hat meine Verständnis was ich von haben was ich rüten haben ist Jesus wird nicht so wichtig sein weiter leben und sterben als eine Person in der Hall gehen wenn was wein hei der hat ewig den priste tun wir anbiet welche dass wir können veramleben aus sin leben sterben von die kurs eine Person nur Gott bringen dort ist wo hei sagt die ratet tun aus ag hei haf den priste getult hei haf das aller mehle gemerkt so am es das Nachwächer das wie nach gut das evangelium rütt bringen und bringen die menschen der reichhann ist der wahr hat und was die und mich beten wollen dort ist dort der füder durch den seien geirrt wird und du sagst wie Gott verheirrlichen wann die evangelium rütt bringen wo heute sie nicht sein leid dort ist am verheirrlichen am hoch heben sie nun preisen und dann ist dort klar wird sein und der füder in seien geirrt war das hat nicht zu tun am den was akte oder das tun dort was hier bern ist was der rütt weiten das sind yes dort ist das nicht tun was ans physische körper hier können nicht das ist das was kontroll über uns hat wenn wir den tun den oder beten das klack wenn wir Menschen auf die bring dort ist ich bin nun beten wollen so wenn wir beten an Menschen tun ihr könnt es die word bringen wir in ohr beten dem mat dann wir können Menschen nennen bringen und dann wird Gott geirrt dir wenn wir nehmen acht wo das leisungspreis gewahr ist wir nicht einfach in wird nehmen weil wir sagen so wichtig wie wir haben dass die Menschen wollen dann ist das wir in acht nehmen wo den Preis getöt haben und rück und an sagen was die in min nun werden wollen das war ich tun und Petrus die gingen die werden gebet und sie gingen rüht pädchen und dinge bis hier und er sagt was du mein nun bäden wenn ich tun das red hier von dem jessel das hat nicht mit unserer abgebung unser Rahmen oder unser habengut oder den nächster in das hat nicht von jessel get port von menschen nur got bringen er nicht von menschen nur mit bringen oder fern haben gut han ha 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 nicht mit den dinge dinge god is yes man an yes in de word on bäden da ha 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 wo arbeit vi von gott sin rick wo lud wie den an sin t gott ab bäden dort ist der klar dass menschen verlangen han dort to do and da wo vi gott bäden am menschen selten to de word hat kum da wo vi nicht am bloß am an me and me and me and it fliegt it nach bäden in next there was the front and left the other stone then it would have these things gott for god it it would you mean no bäden word what do and this like man bet for jesse the thing and the bet for am sterne what to an for sure o for am sterne have us man to . on jesse le and we don't want do that but we we say that we don't get to that you don't go to the rick and then what are all we come then we not and we know the two say we mess and we well it man has a gestalt I could not as all ever I know but I can make more and gestalt with this program when all is fine then then forget another thing and then I swear oh then fall in the beat I could have been to live and I can do to and then we to try up and then we have to say what a man for and we have not got seen on the scene right and we don't let the people believe and let them go to front and then I said that should not the people believe but God's love and God's is so great as what we can talk or we can not meet and that is what I want finish for the last two years for this theme is the faith should not be the people know that when we bring off and the people work there are things different and things work and things come to the faith to today what I can do I can do I do Menschen dort warten. Aber erst als hier Jesus will die Fähne mit dem Schwert schneiden die Uhr auf, dort kann man noch nicht haben. Denn du hast das Fleisch. Aber wenn du das jetzt dann, wenn du diese Menschen kommst in den Glauben und da dann kommt nicht einer. Ich habe nicht gelesen, wo du nicht in den Glauben sagst, hier arbeitet das Fleisch und hier arbeitet das Yes. Und das ist der Unterschied, wo du von der und der wenn ein Mensch fleischlich hat, der ist nicht reich für Gott. Und hier sagt er, nicht nur uns, die Menschen, die nicht nur uns gut denken, was wir glauben, sind sehr gute Menschen oder wie ein Grotfutter, wie ein sehr guter Mensch, aber nicht nur uns in so einer Form, wo er sagt, wie er vorab sieht, er lud dich in den Rüdraden, nicht nur nach einer, dort Form und dort Folgen, nicht nur die Menschen, die wissen, weil wir glauben, wenn wir von der gute Herkunft hergeboren sind und es soll alles gut. Und heute sage ich, der Rüdring und nicht nur die Menschen, die gedeihen, aber nur Gott, seine Kraft. Und seine Kraft, weil wir als magstig, seine Kraft als groß, seine Kraft als angeblich, seine Kraft als Dinge, was wir nicht verstehen können. Und Paulus sagt, ans Denken, als Steckerwiese, ob die Tiefwirt kommt oder vollkommen sind, nur die Reifern, wenn wir hier Steckerwiese verstehen, wenn wir nicht einfach, weil wir nicht voll verstehen, wo Gott in der Kraft ist. Johannes saß da in Vers 31, fragt Jesus da an, glaubt jeder nie? Meine Frau ist und ans Ola, und ich das korte einzige, das 17 Pottchen von der Bibel, wo ich hier gelesen habe, für mich hat das so eine deube Meinung werden, wofür glaube ich wie von dem Tag ? Menschen von dort zum Leben gebracht. Hier waren Menschen in dort leben dort werden, die stunden ab, vor dem Leben, weil sie starben jesslich, vor dem Leben und stunden ab als nie Mensch. Hier werden dort Menschen in Leben gekommen werden. Und hier viel Dottes wird abgeworfen, den Tag, nicht halberlich dort, sondern jesslich Dott. Und viele Dinge werden abgeworfen, Dottes abgestoßen, wo das Leben um viel vergraht werden. Früher als meine Frau gläufe wieder auf den Trineport, ich habe. Und das ist die Bibel voll Dinge, die wir können lesen und Verständnis kriegen und ein Wursten. Und das ist noch ein Trineport, das ist von der Bibel abgeschrieben. Johannes sagt, die Welt würde nicht rüben haben, wir wollten es noch viel nicht abgeschrieben. Falls wir haben nicht mehr von dem abgeschrieben ist, haben wir nicht rüben. Wir haben das ewig. Ja, das war abgeschrieben, ich hoffe, dass wir sehen, was. Ich hoffe, wir können abgehen, dass ich das sehen wird. Und wir reden, nicht es früher war, dass nicht wieder gedacht wollen. wir posten erst waren uns ein gebet. vor Himmel Dankeschön für diese schönen Morgen hier, Dankeschön für die wir gegeben. Ich freue wieder, dass wir mit uns sind durch diesen Tag und Dankeschön für jede Person die gekommen ist und ich freue , dass uns wieder in die die hat geben und die Verständnis und die leitungen leben und die verdienen arbeiten. Ich wieder berecht, dass die gut Sehnen frucht geben, was frucht wird in Jesu Numen Amen. 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 O' Caesar und Lohn, O' der Linn und Zinn und John. O' der Gellich stand, Frann und Gaube, der Lohn, O' der Linn und Zinn und John. O' der Gellich bei Jesus, Amen. 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 Amen.